Das Generationenkapital können wir vermutlich abschreiben, das Altersvorsorge-Depot können wir vermutlich abschreiben. Ich finde, Lindner hat einfach viel zu hoch gepokert. Viele Dinge, die er angestoßen hat, fallen jetzt hinten runter. Ich glaube, normalerweise versuchen wir ja nicht politisch zu sein, aber heute ist es, glaube ich, unumgänglich, oder? Ich glaube, ich muss gar nicht mehr groß zusammenfassen, was da passiert ist. Ich bin immer noch so ein bisschen am versuchen zu verstehen, was da jetzt wie gelaufen ist und so weiter. Habeck wird das Land als Kanzler wieder auf die Füße stellen. Ich finde tatsächlich, dass Habeck sich in diesem ganzen Spaß, ist jetzt mal meine Meinung, am anständigsten verhalten hat. Also ich finde, Lindner hat einfach viel zu hart gepokert und es ist ihm halt schlussendlich jetzt wieder auf die Füße gefallen. Also er wollte halt zu viel Druck auf den Kanzler aufbauen und dann hat Kanzler die UNO-Reverse-Karte gespielt. Und genau, schlussendlich genau das hervorgerufen, was im Endeffekt, das ist ja eigentlich nur kommunikativ. Er hat ja genau das gemacht, was Lindner eigentlich wollte, nämlich Neuwahlen. Nur, dass es kommunikativ besser vorbereitet war. Er sich da einen Schachzug ganz genau überlegt hat und dann mit einer Rede gekommen ist, wo er halt eine fette Abrechnung mit Lindner gemacht hat, ihn vorher entlassen als Minister. So ist die Kommunikation halt nicht, Lindner hat die Ampel aufgelöst, das ist, glaube ich, das, was Lindner wollte, sondern Scholz hat Lindner rausgeschmissen. Und ich glaube, kommunikativ ist das ein riesengroßer Unterschied, weil, und ich glaube, das hat man auch ein bisschen in den Statements gesehen, Scholz hat gestern super souverän gewirkt, weil er halt einfach vom Teleprompter abgelesen hat. Und Lindner hat ziemlich abgeschlagen gewirkt, weil ihn das, glaube ich, ein bisschen überrascht hat. Also er hat relativ hoch gepokert und, ja, ich bin gespannt, ob das Altersvorsorge-Depot kommt. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht kommen wird. Ich meine, was ist passiert? Der gute Herr Kukis ist Finanzminister geworden. Der Kukis ist ein enger Vertrauter von Scholz schon seit vielen Jahren. War vorher Deutschlandschef bei Goldman Sachs. War damals auch Staatssekretär bei Scholz gewesen. Und ich glaube, auch irgendwas jetzt im Kanzleramt, auch sehr, sehr nah mit Scholz dran. Und der hat ihn jetzt eingesetzt im Bundesfinanzministerium. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich lang gehen, weil Scholz hat ja angekündigt, dass er im Januar die Vertrauensfrage stellen will, um dann im März zu wählen. Aber in der Zwischenzeit ist Kukis dort. Was man wissen muss, ist, dass unter anderem zum Beispiel Erik Potzoweit, der Gründer von Scalable Capital, damals mit Kukis zusammen bei Goldman Sachs zusammengearbeitet hat. Und vielleicht bekommen die das irgendwie hin, das Thema noch durchzupuschen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil dieses Altersvorsorge-Depot ist definitiv kein SPD-Thema. Warum sollten die es jetzt machen? Ich glaube, da, wo die sich jetzt ASAP, also so schnell wie möglich dran machen werden, ist das Thema Schuldenbremsen auflösen. Das, was Scholz ja gefordert hat von Lindner, obwohl Lindner meinte, nö, mache ich nicht. Und ich vermute mal, die werden sich möglichst schnell daran machen, dieses Versuchen, ein bisschen Budget locker zu machen, um ihren Haushalt stemmen zu können. Und ja, von daher, ich denke mal, Kukis ist insgesamt nicht Anti-Altersvorsorge-Depot. Das ist sicherlich ein Thema, was er unterstützen könnte. Aber es ist halt jetzt kein SPD-Thema, es ist keine Priorität für Scholz. Die werden jetzt ganz andere Sachen haben. Die werden als SPD jetzt versuchen müssen zu punkten, dass sie aus diesem Umfrage-Tief rauskommen, wenn sie es überhaupt hinkriegen. Wie steht CDU und CSU zur Aktienrente? So genau haben sie sich nicht dazu geäußert. Ich habe aber schon viel mitbekommen, dass sie da eher skeptisch und kritisch sind. Also es gab einige Abgeordneten der CDU, die da sehr positiv drauf zu sprechen waren, die das dann später, die dann zurückgerudert sind. Also leider Gottes ist, glaube ich, das Thema Altersvorsorge-Depot durch. Ich glaube auch, dass die Versicherungslobby viel daran setzen wird, jetzt die Schwäche sozusagen zu nutzen und das Ding zu begraben. Was ich halt mega schade finde, Leute, ist, dass das Generationenkapital sehr wahrscheinlich dann auch nicht durchgeht. Ich finde, Lindner hat einfach viel zu hoch gepokert. Also alles oder viele Dinge, die er angestoßen hat, fallen jetzt hinten runter. Also das Generationenkapital können wir vermutlich abschreiben, das Altersvorsorge-Depot können wir vermutlich abschreiben und andere Sachen. Also ich finde, er hat da zu hart versucht, Parteiinteressen durchzudrücken. Ich verstehe seinen Standpunkt. Also die FDP ist unter die 5-Prozent-Hürde gerutscht. Das heißt, wenn die nächste Wahl so ausgeht wie die jetzigen Prognosen, dann wäre seine Partei nicht im Bundestag. Das heißt, er muss jetzt quasi Risiko eingehen, weil er hat ja nichts zu verlieren. Also im schlimmsten Fall ist er halt raus, aber dann ist es genau diese Bausgangssituation wie jetzt. Das heißt, er kann nicht sonderlich hoch fallen. Von daher verstehe ich schon, dass er da spekuliert. Auf der anderen Seite hat er halt so seine politischen Errungenschaften aufs Spiel gesetzt, die halt jetzt nicht kommen werden. Also zu vielen Teilen. Plus es könnte sein, dass die Schuldenbremse jetzt doch gelockert wird. Das war ja so sein großes Mantra. Schuldenbremse bleibt aufrecht. Und zweitens, es gibt keine Steuererhöhungen. Steuererhöhungen glaube ich nicht, dass das jetzt noch auf die Kürze durchgesetzt wird. Aber es könnte sein, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Weil der Haushalt halt immer noch nicht steht. Das ist halt so die Problematik. Ich verstehe das schon parteipolitisch und so weiter. Aber ja, er hat sich halt einfach verzockt. Und ich glaube, das hat er dann auch gestern gemerkt. Also zumindest haben die alle ein bisschen zerknautscht ausgesehen. Ist die Schuldenbremse gut oder eher schlecht? Boah, auf dieses Terrain möchte ich mich jetzt nicht begeben, ehrlich gesagt. Weil ich da einfach nicht erfahren genug bin. Du wirst YouTuber finden. Hier der Maurice Höfken, der sicherlich sagen wird, um Gottes Willen, Schuldenbremse ist der größte Scheiß. Hat auch nachvollziehbare Argumente. Es wird wiederum andere geben, die sagen, nein, Schuldenbremse ist gut. Per se ist die Situation, in der wir als Deutsche sind, gar nicht so schlecht, dass wir so gering verschuldet sind. Deswegen haben wir so geringe Zinsausgaben. Also niedriges Verschuldungsniveau gleich gute Bonität, gute Bonität gleich niedrige Zinskosten. Und das ist schon mal nicht so schlecht. Ob man jetzt nicht in gewissen Situationen sich doch wieder mehr verschulden kann, muss man sehen. Aber ob jetzt die richtige Situation ist, also es wird jetzt politisch die ganze Zeit davon geredet, wir sind in einer Krise und so weiter. Und alles, was angebracht wird, ist Ukraine, Ukraine, Ukraine. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde, man muss Politikern auch so ein bisschen so Disziplin auferzwingen, weil sonst sind wir immer in irgendeiner Krise. Also wenn wir jetzt mal überlegen, seit Corona, wann ging Corona los? 2020 waren wir eigentlich im Dauerkrise-Modus. Also Corona war eine nachvollziehbare Krise. Also da mussten wir Geld in die Hand nehmen, um gewisse Gruppen an Gewerbetreibenden und Menschen und so weiter finanziell zu unterstützen und so weiter. Auf der anderen Seite, ja, also Punkt. Auf der anderen Seite hatten die Leute eine hohe Sparquote. Diejenigen, die nicht betroffen waren. So, dann kommt Ukraine und, oder dann erholen wir uns gerade davon, dann kommt Ukraine, große Inflation durch Energiepreise und so weiter. Also irgendwie immer Dauerkrisen-Modus. Von daher, jetzt ist die Inflation so moderat im Schach. Da finde ich es schon zumindest nachvollziehbar, sich darüber Gedanken zu machen, ob nicht jetzt vielleicht der gute Moment ist. Um ein bisschen sparsamer zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, es ist richtig an der Schuldenbremse festzuhalten oder die Gegenposition. Man muss die Schuldenbremse aussetzen. Aber ich habe jetzt nur mal so ein bisschen so die aktuellen Argumente der verschiedenen Parteien so aufgegriffen. Bei Spiegel Shortcut wird es gut beleuchtet. Ja, komm, dann, wenn wir im politischen Bereich gerade unterwegs sind, dann bin ich sehr gespannt. Ich mag dieses Format sehr gerne, Spiegel Shortcut. Von daher verlieren wir gar nicht groß viel Zeit und schauen uns das Video an, was uns hier gerade empfohlen wurde. Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, die Logik, Schaden vom Land abzuwenden. Aber, okay, let's see. Christian Lindner ist gefeuert. Die Ampel zerbrochen. Das ist das, was ich eben meinte. Das ist ein großes Kommunikations-Debakel sozusagen für Lindner, dass er gefeuert wurde. Und nicht derjenige ist, er hätte natürlich lieber gehabt, dass er derjenige ist, der die Ampel in die Luft gejagt hat. Lindner beendet Ampel. Aber diese, da hat Olaf Scholz kommunikativ übernommen. Und Olaf Scholz, der ist jetzt ein Kanzler ohne Mehrheit. Wer schuld ist an dem ganzen Chaos und wie es jetzt weitergehen soll, das klären wir jetzt. Ich bin Maximilian Sepp und das ist Shortcut. Das ist auf jeden Fall spannend, wer schuld ist. Da bin ich mir auch sehr, sehr unsicher, ja. Bei mir im Studio ist heute Florian Gattmann. Er berichtet hier im Spiegel Hauptstadtbüro unter anderem über die FDP und hatte wahrscheinlich eine ziemlich kurze Nacht, oder Florian? Ist richtig, Max. Hallo. Florian, gestern hat die ganze Welt eigentlich auf die USA geguckt. Da wurde Donald Trump wieder gewählt zum Präsidenten. Und auf einmal denkt sich die deutsche Bundesregierung, jetzt soll es aber mal wieder um uns gehen. Ja, die haben ja diesen Koalitionsgipfel extra auf den Tag nach der US-Wahl gelegt. Weil es ja ein großes Thema gibt, wenn Trump Präsident wird, dann wird es natürlich viele Dinge ändern. Also America first ist ja wahrscheinlich hier wieder das Thema. Und deswegen muss man sich auch in Europa Gedanken machen, wie man sich aufstellt. Und vor allem die Finanzierung der Ukraine ist halt das größte Thema, sehr wahrscheinlich. Weil derzeit ist USA auf Platz 1, Deutschland auf Platz 2 und Donald Trump hat ja schon durchblicken lassen, dass Ukraine Hilfe, dass er das sehr wahrscheinlich reduzieren möchte. Mich hat das ganz schön überrascht, dieser Bruch der Ampel gestern Abend noch. Dich auch? Mich hat das zum Zeitpunkt gestern Abend auch überrascht. Und man dachte wirklich nach dem morgendlichen Aufwachen und dem Schock über Trump, in Anführungszeichen, schlimmer kann es erstmal nicht mehr kommen. Das ist so die europäische View, alle sehr, sehr anti-Trump, aber gerade im journalistischen Bereich. Es ist doch passiert. Olaf Scholz hat in seinem Statement ganz eindeutig Christian Lindner die Schuld am Bruch der Ampel gegeben. Und auch mit sehr klaren Worten. Also er hat ihn Egoist genannt, er hat es eine Unverschämtheit genannt gegenüber gewissen Gruppen. Also er ist extrem hart mit ihm ins Gericht gegangen, finde ich jetzt mal. Schreibt gerne mal oder sagt gerne mal, wie ihr das seht, Chad. Aber so klare Worte ist man von Scholz eigentlich nicht gewohnt, ja. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderung. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert Parteipolitik. Kleinkariert hat er ihn auch noch genannt. Das ist schon sehr offensive. Politisch taktiert. Wobei man fairerweise dazu auch sagen muss, also wenn man dieses Wirtschaftspapier gelesen hat, was Lindner rausgebracht hat, meine eigene Meinung dazu, fand ich tatsächlich auch jetzt nicht den großen Wurf. Also da waren halt solche Dinge drin wie Soli abschaffen. Aber wenn wir in Deutschland den Soli abschaffen, sorgt das nicht dafür, dass die Wirtschaft wieder anläuft. Also das war halt einfach so ein bisschen viele FDP-Wahlprogrammspunkte, die so vielleicht nicht unbedingt verkehrt sind, aber die jetzt nicht die Wirtschaft ankurbeln. Also ich finde, es waren tatsächlich relativ kleine Dinge in einem, ja, also dieses Papier war eigentlich so eine Ansammlung von Kleinigkeiten, die, mein Empfinden ja, die dann doch ganz schön für Krach gesorgt haben. Aber Florian, bevor wir gleich auf die inhaltlichen Punkte eingehen, lass uns mal so ein bisschen auf den Stil gucken. Ich fand es schon eindrücklich, wie angriffslustig Scholz auch war. Ja, genau. Was meinst du, was steckt da für ein Kalkül dahinter? Ja, Olaf Scholz hat gestern Abend versucht, den Staatsmann zu geben. In Wahrheit war das eigentlich auch schon eine Wahlkampfrede, weil... Ja, das Gefühl hatte ich auch, ja. Die ganze Schuld bei Christian Lindner abzuladen und ihm ausschließlich parteitaktisches Agieren nachzusagen, kann man machen. Zur Wahrheit gehört aber dazu, dass das natürlich die SPD und Olaf Scholz genauso machen und die Grünen übrigens auch. Das ist eben Teil von Politik. Ich glaube, da kam auch so ein bisschen Frust raus, ja. Ich glaube, er wollte halt einfach der Erste sein, der kommuniziert. Bisher war Lindner ja mehr so der Medienmensch gewesen. Und da wollte er halt einfach mal einen Schritt voraus sein. Die Regierung kann einfach nicht mehr miteinander. Scholz sagt, Lindner ist schuld. Was würdest du sagen, hat er recht damit? Ja, das ist ja die Frage, die wir jetzt versuchen aufzuklären. Ich glaube, sie ist zum Stand jetzt noch nicht zu beantworten. Es gibt Indizien dafür, dass Olaf Scholz eigentlich gestern genau dieses Outcome des Abends auch eigentlich schon wollte. Da gab es ja schon ein bisschen Hinweise dafür, ne. Also dadurch, dass seine Rede vorbereitet war und so weiter. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er auch die Ampel zum Bruch bringen wollte. Die Frage, wenn du was an Interesse daran ist, ist hoffentlich kriegen wir da noch ein bisschen was dazu. War die FDP in einer Situation, wo für sie jedenfalls der Ausstieg aus der Ampel auch eine klare Option war? Aber ich glaube, der Abend hätte jetzt nicht unbedingt so ausgehen müssen. Kannst du uns nochmal so ganz kurz durch diese Geschichte Entfremdung vielleicht auch der Ampelregierung führen? Also wie konnte es überhaupt dazu kommen? Naja, die Ampel ist von Anfang an ja eine komplizierte Regierung gewesen. Erstens mal, weil es drei unterschiedliche Parteien sind. Und dann natürlich vor allem deswegen, weil man im Grunde genommen zwei eher linke Parteien mit SPD und Grün auf der anderen Seite und dann eben eine mitte-liberale FDP auf der anderen Seite. Das war eigentlich die Konstellation, die dann am Ende übrig blieb. Und ich glaube, die Akteure haben am Anfang versucht, ja auch mit viel Euphorie reinzugehen. Wir haben uns alle an dieses Selfie und so weiter und so fort. Und es hat sich aber relativ schnell natürlich gezeigt, wie schwierig das ist. Und letztendlich hat sich diese Regierung zerrieben. Also sie haben schon relativ weit gepackt. Wenn man jetzt mal überlegt, was denen da ist dazwischengekommen ist. Am Anfang war noch ein bisschen Covid. Und dann war ja dieser Angriffskrieg, der die komplette Energieversorgung in Deutschland auf den Kopf gestellt hat. Also ich finde, in dieser Zeit haben sie es relativ gut geschafft, miteinander klarzukommen. Jetzt ist es halt so, alle wurden ein bisschen abgestraft. Also die Grünen haben super stark verloren, die SPD hat super stark verloren, die FDP sind auf dem Ast, wo sie auf dem Bundestag, wo sie mit diesem Ergebnis nicht mehr im Bundestag wären bei der nächsten Wahl. Das heißt, ich glaube, den drei Parteien geht so ein bisschen die Muffe. Alle drei wissen, dass es die Ampel ist, die die sozusagen viel gekostet hat. Und deswegen ist es halt jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen sind halt alle drei Parteien auf der Suche nach einem Schuldigen und müssen überlegen, okay, wer hat es denn jetzt verbockt? Wem können wir die Schuld in die Schuhe schieben, so damit wir jetzt in der Bundestagwahl nicht so krass abgestraft werden. Weil wenn die Ampel einfach nur so auslaufen würde, dann würden sie mit diesem schlechteren Ergebnis, also sie hätten jetzt noch knapp ein Jahr gehabt, sich zu verbessern. Und so haben sie gesagt, okay, also Scholz-Strategie dürfte gewesen sein, wir schieben es der FDP in die Schuhe und sind jetzt die straztragende SPD, die das Ganze korrigiert. Und Lindners Strategie war halt eine andere. Und die Grünen schauen jetzt erstmal nur zu. Und ich glaube, man hätte trotzdem jetzt auch nochmal einen Kompromiss finden können. Aber die Akteure waren aus unterschiedlichen Gründen am Ende, glaube ich, nicht mehr bereit dazu. Jedenfalls Olaf Scholz nicht und ich glaube auch Christian Lindner nicht. Dann lass uns doch mal einen Blick auf Christian Lindner werfen. Der hat nämlich nach seinem Rausschmiss gestern auch schon Statements vor den Kameras abgegeben. Und das hören wir uns jetzt mal an. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Dem würde ich aber teilweise auch schon zustimmen. Wobei, man kann das eigentlich über alle drei sagen. Dass Lindner jetzt damit kommt, ist ja auch eine Timingfrage. Ich glaube, die Bundesregierung hat insgesamt so ein bisschen verschlafen, mal auf die wirtschaftlichen Kennzahlen zu gucken. Ich glaube, man war noch happy gewesen, dass der Krisenmodus post-Ukraine, post-Energieschock erledigt ist. Und ja, jetzt wacht man so ein kleines bisschen auf. Und ja, Lindner schiebt es dann scheinbar Scholz in die Schuhe. Unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können. Christian Lindner wirkt auf mich hier ganz schön angefasst und auch richtig auf Zinne. Also kannst du mal sagen, warum kam es überhaupt jetzt erst zum Bruch der Ampel, wenn die sich so lange schon so schlecht verstanden haben? Naja, ich glaube einfach, dass lange die unterschiedlichen Akteuren Interesse daran hatten, diese Koalition fortzuführen. Und das hat sich einfach zuletzt noch mal stark verändert. Und das Bemerkenswerte an dem Auftritt von Christian Lindner ist ja, dass er da plötzlich quasi schon wieder wie ein Oppositionspolitiker klang. Obwohl er gestern formal ja noch gar nicht entlassen war. Naja gut, aber er hat ja damit gerechnet. Also ich glaube, ab dem Moment, wo du gesagt hast, du wirst gekündigt, nimmt er natürlich jetzt direkt die Gegenseite und die Offensive ein, um gegen den Kanzler zu schießen, der ihn ja eine halbe Stunde vorher ziemlich rasiert hat. Also verbal zumindest. Also kann ich schon verstehen. Und dass er so geknittert wird, ist, glaube ich, der Überraschungsmoment. Also relativ sicher hat er damit nicht unbedingt gerechnet, dass das so schnell gehen wird. Lindner spricht von einem kalkulierten Bruch der Regierung durch Olaf Scholz. Also er gibt den schwarzen Peter sozusagen wieder zurück an Scholz. Was ist da dran aus deiner Sicht an diesem Vorwurf? Ja, wir waren ja schon an dem Punkt Schuldfrage. Wie gesagt, wir versuchen das ja auch aufzuklären. Es gibt schon Indizien dafür, dass das nicht ganz spontan von Olaf Scholz war, beispielsweise die Rede, wie sie geschrieben war. Das ist auch ein Punkt, den Lindner explizit erwähnt. Ganz genau. Er hätte sich also darauf vorbereitet. Das ist der Vorwurf sozusagen. So ist es. Aber wie gesagt, ich glaube, es lässt sich im Moment nicht beantworten. Fairerweise muss man auch sagen, also sowas sollte auch nicht aus dem Affekt heraus passieren. Also da sollte man schon mal eine Nacht drüber geschlafen haben. Ich meine, du kannst deinen Bundesfinanzminister sehr wahrscheinlich immer entlassen. Also das muss nicht unbedingt beim Rausgehen aus dem Meeting sein. Da kann man schon mal eine Nacht drüber schlafen und ihn auch am nächsten Tag kündigen. Das heißt, das muss schon ein bisschen früher festgestanden haben. Alles andere würde mich schon wundern. Mittlerweile sind alle FDP-Minister zurückgetreten mit Christian Lindner, außer einer, Volker Wissing, der Verkehrsminister. Der bleibt jetzt in der Regierung. Wie siehst du diese Situation? Wie kam es dazu? Ja, das ist total bemerkenswert, weil Volker Wissing damit im Grunde genommen so ein bisschen das macht, was 1982 in Teilen ja passiert ist, wo schon mal die FDP eine Regierung mit der SPD verlassen hatte und dann zur Union ging, mit denen die Regierung machte. Und in dem Zuge traten damals führende Köpfe der FDP zur SPD über. Das will jetzt Volker Wissing ja offenbar nicht tun, aber er geht sozusagen den halben Schritt und die Frage ist tatsächlich, ob das nicht auch für die FDP als Partei noch mal Konsequenzen haben wird. Wissing tritt nämlich aus der FDP aus, das haben wir eben noch gar nicht erwähnt. Was sagt es denn jetzt über den Zustand der FDP aus? Das fand ich auch relativ beeindruckend, dass er das macht. Ich kann aber seine Entscheidung gut nachvollziehen. Also Wissing hat sich ja auch im Vorfeld, ich glaube über eine FAZ-Kolumne, schon geäußert und gesagt, dass er kein großer Fan davon ist, die Ampel verlassen zu wollen. Und hat auch da indirekt, also nicht wirklich offensiv, aber indirekt Lindner kritisiert, dass er das halt machen will. Also sein Punkt war, wir müssen unsere Regierungsverantwortung jetzt durchziehen. Und das ist halt konsequent, dass er sagt, ich bleibe weiter im Amt, ich bin Minister, ich habe noch Projekte, die laufen. Ich meine, wir sehen das jetzt gerade im Finanzbereich, das Altersvorsorge-Depot ist jetzt sehr wahrscheinlich durch. Also kann man, also durch im Sinne von können wir abschreiben. Und er hat sehr wahrscheinlich im, ich kenne mich im Verkehrsbereich nicht so aus, aber er hat sehr wahrscheinlich auch Projekte, die er noch zu Ende führen will. Und da kann ich schon gut nachvollziehen, dass man sagt, nö, ich ziehe da jetzt nicht mit. Ja, ich glaube, Lindner hat sich da auch relativ enttäuscht. Nicht geäußert, aber zumindest mal gezeigt. Hier kam noch eine Frage, aber glaubst du, Wissing tritt einer anderen Partei bei, in der er sich, oder hat er sich das eigene politische Grab dadurch geschaffen? Ich kann es ja nicht sagen, ich kenne mich damit nicht genug aus, aber ich würde mal sagen, wer weiß, was seine Pläne sind. Und vielleicht hat er sowieso vor, im Anschluss, also ich glaube nicht, selbst wenn er in eine andere Partei gehen würde, ich weiß nicht, ob er da so gut Karriere machen kann, dass er nochmal einen Ministerposten bekommen würde. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, solche Parteien, also er müsste ja dann tendenziell vielleicht eher zur CDU gehen, weil bei der SPD gibt es jetzt einige Ministerposten und selbst wenn die in die nächste Regierung gehen, dann vielleicht geschwächt. Das heißt, die kriegen weniger Posten, das heißt, die werden erstmal ihre ehemaligen Parteileute versorgen. Von daher, ich weiß es nicht, aber auf der anderen Seite hat er vielleicht auch andere Pläne und er wird da sicherlich woanders auch ganz gut einen Job kriegen und unterkommen. Ja, das sagt aus, dass jedenfalls ein Minister, der immerhin mal Generalsekretär unter Christian Lindner war, bevor es in die Regierung ging, nicht der Meinung ist, dass die FDP hätte austreten sollen. Florian, lass uns mal so ein bisschen drauf gucken, was diese Entscheidung jetzt für längerfristige Folgen auch für Deutschland hat. Olaf Scholz hat angekündigt, die Vertrauensfrage zu stellen. Erstmal ganz grundsätzlich, was bedeutet das konkret? Das heißt, dass er im Bundestag eine Wahl herbeiführen wird, wo geschaut wird, ob er noch eine Mehrheit unter den Abgeordneten hat. Und wenn er das tatsächlich so macht, dann ist das im Grunde genommen eine fingierte Vertrauensfrage, weil er stellt sie, um zu erreichen, dass er keine Mehrheit mehr hat. Das weiß er eigentlich schon. Das möchte er, genau dieses Ergebnis, so hat es Gerhard Schröder 2005 auch schon mal gemacht. Und das wäre dann der Hebel, weswegen der Bundespräsident nach dem Grundgesetz tatsächlich Neuwahlen anordnen könnte. Diese Vertrauensfrage hat Olaf Scholz jetzt auch in seinem Statement angekündigt, soll im Januar passieren. Warum dauert das jetzt noch so lange? Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die SPD, das war Markus' Analyse gewesen, einfach ihre Wahlkampagne noch nicht ready hat. Die CDU ist ready, die SPD noch nicht. Und deswegen ziehen die das halt so, möglicherweise. Die CDU hat ja auch schon richtig Druck gemacht. Also das Argument der SPD ist, wir haben noch einige Sachen, die wir durchziehen wollen und fertigziehen wollen. Ob es wirklich so lange dauert, das ist jetzt der Plan von Olaf Scholz. Aber es gibt einige Gründe, die dagegen sprechen, dass es erst im Januar passiert. Auch das wird man jetzt sehen. Warum will er es denn so weit rauszögern bis Januar? Weil Olaf Scholz natürlich Interesse daran hat, dass möglichst spät gewählt wird. Und er möchte jetzt, glaube ich, noch so lange wie möglich zeigen, dass er der Kanzler ist und sozusagen Herr des politischen Agierens. Scholz hat ja gesagt, die Wahlen sollen spätestens Ende März dann stattfinden, die Neuwahlen. Was will er bis dahin noch erreichen? Hier, ich finde, SPD sollte jemand anderen ins Rennen schicken. Mit Scholz kann man März nicht verhindern. Guter Hinweis, es wird ja auch, glaube ich, viel, also Pistorius wurde, glaube ich, so als Volksliebling oder so Kandidat der Herzen gehandelt. Allerdings ist es recht unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass man dem aktuellen Kanzler die Kanzlerkandidatur streitig machen kann. In der Partei dürfte schwierig sein. Und ich glaube auch, Pistorius ist nicht so mega gut vernetzt in der SPD. Wie gesagt, ich bin jetzt auch absolut kein Politikprofi, aber der wäre sehr wahrscheinlich der bessere Kandidat, um gegen März anzutreten. Ja, das ist tatsächlich die Frage. Die FDP war ja angetreten, um eine grundsätzliche Wirtschaftswende in Deutschland zu erreichen. Die Zahlen sind ja wirklich katastrophal. Eigentlich müsste Olaf Scholz auch ein Interesse daran haben, da jetzt was zu tun. Aber die Frage ist eben, ob in dieser völlig ungeklärten Lage, in der er wahrscheinlich überhaupt nur noch eine Minderheitsregierung haben wird, ob er den Hebel dazu hat. Er hat ja Stand jetzt noch nicht mal einen Haushalt fürs nächste Jahr. Genau. Was kann er denn überhaupt noch umsetzen in dieser Zeit? Gute Frage. Dürfte relativ wenig sein ohne Mehrheit. Naja, wenn es ihm nicht gelingt, einen neuen Haushalt für 2025 aufstellen zu lassen, wofür es im Moment viele Fragezeichen gibt, dann kann er nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung agieren. Und das engt sein Agieren total ein. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass die kommenden Monate, die auf uns zukommen, politisch sehr, sehr chaotisch werden in Deutschland. Was hat das für Auswirkungen? Was bedeutet das für uns auch persönlich und für dieses ganze Land? Naja, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger werden davon erstmal wenig mitbekommen. Also wir müssen jetzt nicht damit rechnen. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Aber die Frage ist natürlich, was das für Deutschland als auch internationaler Akteur bedeutet. Zum Beispiel mit Frage auf den Ukraine-Konflikt, auf andere Konflikte, auf andere internationale Fragen. Und natürlich ist Deutschland als bevölkungsreichstes Land in Europa ein großer Player. Und so eine Lage hat es in Deutschland eigentlich noch nie gegeben. Und das ist in solchen unsicheren Zeiten natürlich schon heikl. Spannende Einschätzung mal. Ja, wie gesagt, also ich hoffe auch, dass wir mit den Neuwahlen ein bisschen schneller vorankommen. Die Frage ist ja jetzt, also in seinem Statement hat ja Scholz explizit gesagt, dass er zum Koalitionsführer Scholz Kontakt aufnehmen möchte. Jetzt ist halt so die Frage, also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, macht das Sinn? Also, dass Merz überhaupt irgendwas tut, um Scholz entgegenzukommen. Also Scholz meinte ja, es gäbe noch so ein paar wichtige Gesetze, die verabschiedet werden müssten. Und da versucht er irgendwie, Merz mit an Bord zu kriegen. Aber Merz möchte, also der hat ja nur ein Interesse daran, dass der Kanzler jetzt kläglich scheitert, um möglichst schnell Neuwahlen zu haben und selbst zum Kanzler gewählt zu werden mit möglichst großen Punktevorsprung. Ein Punkt, den Markus mir dazu gesagt hat, und das kann ich eigentlich auch ganz gut nachvollziehen, er darf jetzt nicht als der absolute Blockierer dastehen, Merz. Sondern er muss auch eine gewisse Größe zeigen und eine gewisse Staats-, also beweisen, dass ihm sozusagen das Land wichtig ist und nicht nur die politischen Spielchen. Und das könnte ihn dann doch dazu treiben, mit Scholz in der einen oder anderen Weise zu kooperieren. Also nicht im Sinne von, dass sie jetzt eine GroKo machen, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt zusammenschließen und eine große Koalition machen, weil das wäre ja dann auch nur bis September. Ich glaube, da macht es doch Sinn, erst Neuwahlen zu machen, aber ja. Es ist ein spannendes, spannendes Hin und Her, tatsächlich. Merz hat schon Nein gesagt, die haben heute geredet. Okay, Nein zu was? Scholz geht jetzt bei Merz betteln. Voraussetzung wird sein, die Schuldenbremse zu reformieren. Lässt sich Merz darauf ein, ist auch die CDU-Geschichte. Also, dass die CDU die Schuldenbremse auflöst, ich meine, das war ja ein CDU-Projekt. Ich glaube, Schäuble hat das ins Leben gerufen. Unwahrscheinlich. Thomas, nimmst du das Amt des Finanzministers an? Ich stehe zu Diensten. Geht ja auch ohne gewählt zu werden. Sieht man ja mit Jörg Cookies. Der jetzige Finanzminister hat sich ja nie in einer Wahl gestellt. Von daher, auch das ist möglich. Holger wird Kanzler und Thomas Finanzminister. Nee, dann doch eher umgekehrt. Dann würde ich doch lieber Kanzler machen und Holger Finanzminister. Er ist mehr so der Finance-Nerd. Ich hoffe, dieses Dream-Highlight hat dir gefallen. Hier findest du noch weitere Videos hier auf Überfluss. Und wenn du das nächste Mal live mit dabei sein möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich jedes Mal informiert, wenn ich hier auf Überfluss nochmal live bin. Bis dann!